Und damit herzlich willkommen Unterloh zur allerersten Ausgabe von Oberpfalz TV. 1. März 1996, 18 Uhr. Startschuss für Oberpfalz TV. Stolze 28 Jahre sind wir damit schon alt. Geben könnte es uns gar nicht, hätten Medienvorreiter nicht zwölf Jahre zuvor etwas gewagt. Den privaten Rundfunk. Mit Beginn dieses Jahres feiert der seinen 40. Geburtstag. Ein Fest, das auch in München in der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, kurz BLM, groß begangen wurde. Ehemalige und aktuell führende Köpfe aus dem TV, Radio-Urgesteine und viele weitere folgten der Einladung von BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege. Dieser betonte, dass auch die öffentlich-rechtlichen Sender durch die Einführung des privaten Rundfunks gewonnen haben. Die Medienlandschaft hat davon wahnsinnig profitiert, dass es Private gibt, die mal was ausprobiert haben, die wirklich auch gerade im Thema Entertainment wirklich Maßstäbe gesetzt haben. Das finde ich ist eine absolute Erfolgsgeschichte, die man nicht mehr leugnen kann. Doch am Anfang sahen das bei weitem nicht alle so. Professor Wolf-Dieter Ring war von 1990 bis 2011 Präsident der BLM und erinnert sich noch gut an die Vorbehalte vor der Einführung des privaten Rundfunks. Was wir in München hier erlebt haben, waren Bürgerinitiativen gegen privaten Rundfunk. Kein Kommerz für die Weltstadt mit Herz. Und da waren die versammelt, die keine Konkurrenz wollten. Also der Bayerische Rundfunk, zum Teil die Zeitungsverleger und so weiter. Und wenn ich mir das heute anschaue, freut es mich riesig, dass wir diesen Wettbewerb hingekriegt haben. An die Anfangsschwierigkeiten erinnert sich auch Ministerpräsident Markus Söder. Ebenso ist er stolz auf die Entwicklung, die der private Rundfunk in Bayern hingelegt hat. Und das, was Sie alle in den letzten 40 Jahren geschafft haben, ist eine exzellente Leistung, Spitzenqualität. Und dafür möchte ich Ihnen von Herzen gratulieren. Die Bayerische Staatssicherung ist stolz auf das, was Sie geleistet haben. Herzlichen Dank. Vor allem das bayerische System um die geförderten lokalen Anbieter ist einmalig. Ich glaube, wir können sehr stolz sein auf das Modell in Bayern. Der lokale Rundfunk, ob Hörfunk oder Fernsehen hat sich super entwickelt. Unglaublich viele Talente sind hervorgegangen. Viel Regionalität, gerade diese lokale Regionalität, die es in Bayern gibt, Die hängen eng mit den Sendern zusammen und wir werden alles dafür tun, dass das auch in der Zukunft so bleibt. Damit es in Zukunft so bleibt, muss aber gehandelt werden. Das Nutzungsverhalten der Zuschauer ändert sich. Immer wichtiger werden Streaming-Plattformen. Der lokale Rundfunk möchte dem mit noch größerer Zusammenarbeit begegnen. Es wird in naher Zukunft eine Medienplattform Bayerns oder Arbeitstitel geben. Dort werden dann wiederum alle lokalen Fernseh- und Radiostationen Inhalte einspielen. Neue Wege also, um hoffentlich noch mehr Menschen zu erreichen. Die Zukunft wird spannend für alle Beteiligten. Einen besonderen Wunsch an den privaten Rundfunk hat Moderatorin Katrin Bauerfeind. Ich wünsche dem privaten Rundfunk, dass er weiter diese Funktion erfüllt, dass er für die Innovation zuständig ist, für die Unterhaltung und ein bisschen Bäm, weil ich finde, das tut der Medienlandschaft sehr gut. Na dann, auf 40 weitere Jahre Bäm. Rundfunk 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 Rundfunk